Hallo meine lieben Freunde und seid gegrüßt zu einer weiteren News zum Eurotrack Seminator 2 und NeverEnding Story. Wann kommt der neue MRN? Und es sieht auf jeden Fall verdammt gut aus, dass morgen am 16. Mai 2023 gegen 18 Uhr bei Twitch der neue MRN vorgestellt wird. Achtung, er wird vorgestellt. So sieht es auf jeden Fall aus. Aber es bedeutet nicht, dass wir ihn morgen auch bekommen. Laut Adam Riese und meine jahrelangen Erfahrungen mit SDS und was sie immer so bringen, ja eine kleine Einleitung, ja hat ja SDS immer im Anschluss oder oftmals im Anschluss dann ja diverse DLCs oder Erweiterungen dann nochmal freigegeben. Es kann aber auch so sein, dass wir morgen nur eine Einleitung von den neuen MRN sehen und ihn erst in der 1.48 bekommen. Ja, Spekulationen sind natürlich gern gesehen unten in den Kommentaren. Was denkt ihr, werden wir morgen nach dem Livestream den neuen MRN ins Spiel bekommen oder werden wir ihn in einen späteren Zeitpunkt bekommen? Schreibt es rein und gebt den auf jeden Fall einen Daumen. Wenn der morgen wirklich kommen sollte, werde ich definitiv auch im Anschluss einen Livestream machen. Obwohl ich morgen bis 18 Uhr arbeiten muss, werde ich mich auf jeden Fall bemühen, da so schnell wie möglich auch einen Livestream zu bringen, um den einen oder anderen, der dann nicht die Möglichkeit hat, den selber anzugucken, ihn anzusehen. Ja, und stelle ich euch vor und wir werden im Anschluss auch in einem neuen Modus unterwegs sein mit vielen unterschiedlichen Variationen, wenn alles so läuft. Ja, wenn das Wort wenn nicht wäre. Aber wir haben auf jeden Fall ein weiteres Lebenszeichen. Ich finde aber, dass wir trotzdem ein bisschen wenig gesehen haben. Ein bisschen von außen hier nochmal auf Twitter und jetzt hier nochmal die Ankündigung auf Instagram. Ich finde aber, ja, ihr solltet immer überall nochmal ein bisschen genauer gucken. Es kann durchaus sein, dass wir wirklich nur einen Livestream bekommen und wir ihn noch nicht offiziell kriegen, weil, wie gesagt, SDS zeigt sonst immer ein bisschen mehr. Vielleicht ist es heute nur der Livestream oder morgen der Livestream und dann sehen wir ihn irgendwann später, um quasi noch ein bisschen den Hype aufrechtzuerhalten. Wenn oder die Frustration, könnt ihr ja mal reinschreiben, seid ihr schon gefrustet oder seid ihr immer noch gehypt? Also, wie gesagt, es spaltet sich so langsam ein bisschen die Kommune. Die eine finden das nicht mehr so lustig, der eine oder andere ist da doch ein bisschen tiefenentspannt. Ja, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen tiefenentspannt, aber trotzdem, ja, Hashtag, wann kommt der neue MN? Ja, könnt ihr gerne in den Kommentaren reinmachen, haut das einfach rein und vielleicht kriegt ihr der eine oder andere Kommentar. Ja, 50 oder 100 Daumen, ja, egal. So, wir warten einfach ab, lassen die Kirche im Dorf und atmen tief durch die Hose und werden morgen auf jeden Fall mehr wissen, ne? Also, bis dahin würde ich einfach mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Herr Maximum. Und vielleicht bis morgen. Bye. Bye.